Hä? Hier ist die Antarktis. Ich bin schon im Eisbärklamottenmodus. Und kein Sturz hier, außer uns, glaube ich. Es ist Juli. Ja, die sind es hier gewohnt, glaube ich. Ja, hier gibt es ja auch keinen Petrus wahrscheinlich. Wie Petrus? Weil es alle evangelisch sind. Achso. Ja, es nieselt immer mal wieder. Aber naja, da kommen jetzt ein paar eisheiligen Tage auf uns zu. Ab Mittwoch nächste Woche soll es wieder besser werden. Ja, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Aber heute ist es unangenehm, definitiv. Aber ja, wir haben einfach alles angezogen, was wir so dabei haben. 17 Grad, aber durch den Wind fühlt es sich deutlich kühler an. Tja. Aber die Natur ist schön. Haufen Wälder. Auf dem Seen. Das stimmt, ja. Und es riecht halt auch gut jetzt durch die Feuchtigkeit, ne? Ja. Toll. Also, bis nachher.